Hallo liebe FCK-TV-Fans. Wir haben uns heute für unser Interview einen von den ganz neuen rausgesucht beim FCK, Sebastian Kerk. Bist du jetzt noch nicht so lange da. Beschreib mal, wie ist jetzt so die erste Zeit hier? Also der erste Tag war, wie soll ich sagen, ziemlich turbulent. Ich bin wirklich erst um halb zehn Jahre angekommen, dann waren die Gespräche mit dem Sportdirektor und dann die Medizinchecks und dann um halb vier ungefähr war dann die Unterschrift und um kurz vor vier saß ich dann schon bei den Jungs in der Kabine und die Jungs haben mich super aufgenommen und kurz nach vier stand ich dann schon das erste Mal auf dem Trainingsplatz und haben dann die erste Einheit absolviert. Hast du dann auch gedacht letztendlich, dass es so schnell geht, wenn du dann hierher kommst? Ja, also mir wäre es recht gewesen, wenn es an dem Tag noch schneller gegangen wäre, aber es hat ja dann alles noch ganz gut geklappt und deswegen bin ich jetzt froh hier zu sein. Das hört sich ganz so an. Was waren denn noch mal deine Gründe dafür, dass du jetzt hier zum FCK gekommen bist und jetzt hier spielen wirst die Saison? Ja, ich denke mal FCK ist ein super Verein. Die Fans, die Tradition ist einfach, ja ich denke mal das reizt jeden Spieler enorm und ich war letztes Jahr in Nürnberg und da habe ich Ähnliches erlebt und ich denke mal hier ist einiges möglich und deswegen will ich meinen Senf dazu zugeben, dass wir einfach ja eine erfolgreiche Saison spielen und klar ich muss jetzt auch kein Hild draus machen. Xaver Xenbrl und Typhon Korkut kenne ich und das sind super Trainer und deswegen ist mir die Entscheidung eigentlich relativ leicht gefallen. Aber bisher läuft es ja noch nicht so richtig rund bei dir. Du kannst noch nicht so mit trainieren, wie du das gerne würdest. Ja genau, aber ich meine Achillensprobleme sind eigentlich überstanden und das denke ich mal ist noch eine Frage der Zeit von Tagen, wann ich dann ins Mannschaftsdrehen einsteigen kann. Aber wir wollen das natürlich Step by Step. Wir wollen jetzt nichts überstürzen. Das wäre jetzt denke ich mal der falsche Schritt und deswegen brauche ich noch ein, zwei Wochen, bis ich dann komplett bei der Mannschaft sein kann. Aber so die Integration ist ja wahrscheinlich eigentlich schon ganz gut gelaufen. Du hast ja auch ein paar alte Bekannte hier im Team, die es dir sicher leichter machen. Ja genau, Maxi Dittgen kenne ich noch aus der Nürnberger Zeit und Menzo Mujica, mit dem habe ich ja in Freiburg gespielt und ja, die Jungs sind einwandfrei, also die Eingewöhnungszeit, also ich brauche persönlich keine Eingewöhnungszeit, weil die Jungs machen es mir auch einfach.